Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Marktausblick für die kommende Woche. Diese Woche war ja einiges angestanden mit dem natürlich Zinsentscheid der FED und sonstigen Zahlen. Den Markt hat es ehrlich gesagt weniger gejuckt. Die traditionellen Märkte sind weiterhin komplett on fire, also komplett übertrieben stark unterwegs. Die XY hat unser Ziellevel mittlerweile erreicht. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf unsere anderen Trades, also auf unseren Euro-US-Dollar-Trade. All das werden wir uns auf jeden Fall angucken. Außerdem, welche News natürlich nächste Woche anstehen, auch darauf werden wir einmal blicken. Und ganz am Ende auch wieder Bitcoin-Chart-Analyse. Werde heute kein extra Video machen, weil einfach viel, viel zu wenig dafür los ist. Auf jeden Fall, bevor wir starten, wie immer gerne dem Video ein Like da lassen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinjoinen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung, natürlich alles komplett for free. Und weil er gestern online gekommen ist, unsere neue Podcast-Folge von Crypto & More. Rente ist nicht sicher. Scam. Also 37 Minuten ging die Folge, also doch etwas länger. Aber hört euch die gerne an. Sehr, sehr interessant auf jeden Fall, über was wir da gesprochen haben. So. Und dann würde ich einfach sagen, gehen wir direkt rein in die Analysen. Wir fangen an, wie immer, mit dem US-Dollar, also dem DXY. Wir sehen, wir haben unser Mindestziel erreicht. Analyse letzte Woche war, okay, wir testen hier nochmal diesen Bereich um 99,5. Hat er geholt und ist dann im Endeffekt schnurstracks nach oben in Richtung Golden Pocket gelaufen. Dort dann gestern die Reaktion sehr, sehr schön genau am 0618, der erste Mal bekommen. Natürlich, der Fett-Zinsentscheid hat erst einmal nicht wirklich für so einen Schuss gesorgt. Das kam dann erst dann im Laufe des Donnerstags, wo der DXY dann komplett erstmal wieder explodiert ist. Aber wie gesagt, Mindestziel jetzt erst einmal erreicht. Wir sehen auch hier schon, dass wir eine Bearish Divergence drin haben. Die hat sich mittlerweile schon ein bisschen ausgespielt. Könnte jetzt für die nächste Woche erstmal in dem Sinne interessant sein. Wir ziehen hier mal das FIP-Level ganz kurz. Das will möglicherweise nochmal zu Wochenbeginn bis auf die 101 US-Dollar nochmal korrigieren. Und von dort aus gegebenenfalls nochmal einen Anlauf starten in das 06.5er Fibonacci Retracement Level oder sogar in Richtung 0786. Also Dollar jetzt gerade in der Phase ein bisschen schwer zu beurteilen, meiner Meinung nach. Aber wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Steigerungspotenzial, zumindest derzeit hier im Markt. Einmal neue Trades hier. Ich weiß nicht, ob jemand den Short mitgenommen hat. Ich habe ihn nicht mitgenommen, weil wir uns momentan eher auf den Euro-US-Dollar konzentrieren. Gehen wir jetzt aber direkt drauf ein, wie es nämlich hier momentan aussieht. Also, wir haben ja letzte Woche den Short oder wann war es vorletzte Woche? Ja doch, war vorletzte Woche haben wir ja den Short hier oben aufgemacht. Wurde wirklich perfekt abgeholt. Mittlerweile auch drei Take-Profits genommen von hier aus. Wir schauen mal ganz kurz an. In der Spitze waren es drei Prozent, die wir hier gut gemacht haben. Mit, wie gesagt, drei Take-Profits genommen. Ich habe die Position derzeit noch nicht verdoppelt. Ich warte hier noch ein bisschen drauf, dass wir hier gegebenenfalls nochmal hier hochkommen in den Bereich der 1,114. Das ist so momentan so die Idee, dass wir nochmal verdoppeln. Long weiterhin offen. Long wurde jetzt hier in dieser grünen Box, haben wir auch letzte Woche darüber gesprochen, verdoppelt. So, wie ist jetzt der weitere Plan? Also, ich würde jetzt erst einmal den ersten Take-Profit jetzt erst einmal nehmen. Den zweiten für den Euro-US-Dollar-Long dann hier oben in der Box. Das heißt hier bei ungefähr 1,113. Das wäre dann so mit der zweite Take-Profit und den dritten würde ich dann hier oben am Top nehmen bei den 1,127. Das sind jetzt erstmal die drei Take-Profits für den Euro-Long, den wir derzeit noch offen haben. Stop-Loss, seht ihr hier die gelbe Linie. Das ist der Stop-Loss derzeit nach den ganzen Verdopplungen, also es passt. Den Short, wie gesagt, würde ich jetzt erstmal darauf hoffen, dass wir nochmal hochgehen in diese Range von 1,13 rum. Und, ne, 1,113, sorry, ein bisschen falsch ausgedacht. Diese Komma-Stellen danach immer, es kostet immer an. Auf jeden Fall diese 1,113, das wäre so die nächste Möglichkeit, um den Short zu verdoppeln, um dann gegebenenfalls nochmal dieses höhere Tief dann mitzunehmen und dann weiterhin auf einen starken Euro zu setzen. Ich glaube auch erstmal, dass es so rüberkommen könnte. Wie gesagt, wenn wir jetzt vom Dollar ausgehen, dass er nochmal einen kleinen Ruck nach unten hin macht, würde das sehr, sehr gut dazu passen. Jetzt gehen wir wieder rüber zum Euro, dass wir hier eben diese Erholung nach oben hin sehen und von hier aus dann nochmal ein höheres Tief machen. Das heißt, der Dollar sich dann auch nochmal versucht zu erholen und dann scheitert und wir dann komplett wieder hochgehen beim Euro-US-Dollar. Und dann möglicherweise auch so eine Art Doppeltop auf den größeren Timeframes bilden. Also das ist jetzt erstmal so der Fahrplan, die Trades laufen noch. US-Dollar, wie gesagt, halte ich mich jetzt erstmal fern. Wir haben hier zwei Trades laufen, dann brauchen wir jetzt nicht noch den US-Dollar hier in irgendeiner Form long oder short. Also das bleibe ich jetzt erstmal ein bisschen auf Seitenlinie, würde ich sagen. So, dann gehen wir rüber zu den traditionellen Märkten. Auch hier, ihr seht hier das Setup, ich bin nicht rein, es kam kein Signal, weil mir das Ganze komplett momentan einfach ein bisschen zu suspekt ist. Also der Fahrplan war ja eigentlich, dass wir hier nochmal runtergehen, dann den Hit ins mögliche Golden Pocket gehen, hat es nicht erreicht. Dann haben wir hier letzte Woche das Golden Pocket auch gezogen. Auch das müssten wir schon wieder ein bisschen nach oben hin steifen. Also mir gefällt momentan so diese ganze Marktlage, bin ich ehrlich gesagt, überhaupt nicht zum Shorten. Das Problem ist, die Märkte sind komplett überhitzt. Wir haben überall Bearish Divergence und wir haben ein bisschen weniger Liquidität im Markt. Die Gewichtung im S&P 500, kommen wir jetzt gleich nochmal drauf zu sprechen, hat sich ein bisschen geändert. Also die Big Nine wurden jetzt nicht mehr so stark gewichtet. Anscheinend gibt es auch Artikel dazu, wurde glaube ich auch in der Gruppe gepostet. Also ich bin hier momentan erstmal so ein bisschen weiterhin vorsichtig, was hier Trades angeht. Also kein Long, kein Short derzeit hier geplant. Wir sind komplett meiner Meinung nach überkauft. Also das heißt, wir sind komplett in einem überkauften Markt. Klar, man kann natürlich sagen, News sind Bombe. Also die Zahlen, die Berichtssaison in den USA hat ja jetzt dann gestartet. Die sind alle Bombe, sind alle mega und so. Das kann auch noch weiter steigen, bin ich auch voll akkord mit. Wenn wir uns dann aber mal, wo hat man es denn? Wir hatten ja diese Woche auch mal so einen kurzen Text in der Gruppe. Wenn wir uns jetzt einfach mal hier, Meter hat sich schon wieder weiter nach oben, Meter angucken. Seit November 2022 ist Meter einfach 277% gestiegen. Wir können das auch mit anderen Aktien machen. Hier Intel hat in der Spitze, wo waren wir denn beim Tiefpunkt hier, auch im März sogar, waren wir hier bei 25, jetzt sind wir gerade bei 37. Schauen wir uns auch mal hier die Preissteigerung an, sind wir auch bei 50% im Plus. Also meiner Meinung nach müsste eine Korrektur her. Das Problem ist einfach nur, vor allem auch am Dow Jones, wir haben jetzt hier diese ehemalige Range, die eigentlich dieser Widerstandsrange war, wo wir die letzten Wochen immer drüber geredet haben, jetzt als Support hier wieder bestätigt. Also man sieht hier diese grüne Box, Support und wieder nach oben. Also da müssen wir jetzt ganz, ganz genau drauf achten. Golden Pocket wurden wir hier rejected. Wir haben aber auch hier noch ordentlich Abverkaufsvolumen. Das heißt, die nächste Chance für mich persönlich wäre, wir warten jetzt hier nochmal das Hoch ab. Diese grüne Box, diese kleine. Und Stop Loss muss dann aber auch noch ein bisschen höher gesetzt werden. Das heißt, hier irgendwo in diesem Bereich hier oben. So, das heißt, wir haben dann Risk, sollten wir hier nochmal hochkommen, von ungefähr 1%. Das könnten wir sogar meiner Meinung nach einfach mal wagen. Sieht gar nicht so verkehrt aus für ein mögliches Short Setup. Ich gehe, wie gesagt, weiterhin davon aus, dass zumindest mal eine Korrektur kommt. Kein Crash, davon gehe ich ehrlich gesagt nicht aus, dass wir jetzt 30% nach unten gehen an den traditionellen Märkten. Glaube ich nicht. Aber so eine Korrektur im Laufe der nächsten Tage, Wochen halte ich auf jeden Fall für wahrscheinlich. Und das wäre dann hier so das erste kleine Setup dazu. So, gehen wir rüber zum S&P 500. Wie gesagt, auch hier, ich lasse es stehen. Also momentan, ich gehe weiterhin davon aus, dass wir diese Bewegung sehen. Wir können das nur jede Woche ein bisschen weiter nach rüben ziehen. Viel hat sich hier nicht getan. Wir haben weiterhin diese Bearish Divergence. Auch da haben wir, ja, drüber gesprochen eigentlich letzte Woche einmal, dass diese vorhanden ist. Die ist auch immer noch vorhanden, nur es hat sich einfach nichts getan. Das war ja, glaube ich, so unsere Vorhersage. Wir möchten hier eine Bearish Divergence reinhaben. Die hat sich jetzt dann auch gebildet. Richtiger Abverkaufsdruck kam nicht. Aber wir haben hier einen entscheidenden Nachteil, sage ich jetzt einfach mal, gegenüber dem Dow Jones. Wir haben hier diese Range noch nicht bestätigt, beziehungsweise verhalten uns hier immer noch drin. Abverkauf kam auch noch nicht rein. Also warten wir jetzt hier erstmal noch ab. Wir sind aber auch, ehrlich gesagt, nicht mehr weit. Wenn wir uns das mal ganz kurz angucken, von unserem All-Time-High entfernt, das sind nur noch 4,8%. Also es ist nicht mehr viel gut möglich, dass wir uns eben diesen Step noch holen Richtung All-Time-High und dann erst diesen Verkauf absehen. Aber wie gesagt, ich habe alles hier momentan sehr, sehr stark im Blick einfach, dass wir uns hier nochmal irgendwie short positionieren. Im 1-Stunden-Timeframe sieht das auch sehr, sehr ugly aus. Also eher eine Seitwärtsbewegung mit eben Bearish Divergence. Also ich bin auch hier weiterhin auf Short-Seite. Nur diese Impulse fehlen mir einfach momentan noch. Klar, wir hatten hier so den ersten Abverkauf. Wenn ich dann mal ein bisschen ranzoom, hier am Donnerstag, der dann wieder mit einem Opening und dann den ganzen Tag seitwärts, war es so Freitag sowieso in Trades reinzugehen, würde ich einfach nicht empfehlen. Vor allem nicht bei den traditionellen Märkten. Wir behalten hier den Montag im Auge und schauen dann mal, wie die Börsen öffnen oder ob es irgendwelche News gibt, weil früher oder später kommt hier diese Korrektur. Zumindest Korrektur, wie gesagt, kein Crash. So, wie sieht es beim Nasdaq aus? Nasdaq hat eigentlich genau unser Ziel, sage ich jetzt erstmal, erreicht. Zumindest das Mindestziel, wo wir drüber gesprochen haben. Wir hatten ja hier drüber gesprochen, okay, Bearish Divergence. Warte, ich gehe auf den 4-Stunden-Timeframe. So, Bearish Divergence. Abverkauf, Golden Pocket Hit. Und wir hatten genau mit der letzten 4-Stunden-Candle genau ein Close über dem Golden Pocket. Und das ist dann auch wieder so ein Punkt, wo ich sagen würde, ist nicht so geil. Wir haben hier diese kleine Ineffizienz, beziehungsweise das kleine Gap hier, wurde gefüllt. Wir haben aber, wie gesagt, 4-Stunden-Close da drüber. Und das ist eigentlich nicht so geil. Ich hätte gerne den 4-Stunden-Close da drunter gehabt. Wäre schon wieder ein bisschen shortlastiger gewesen, meiner Meinung nach. Das war es dann aber auch. Deswegen bleibt jetzt noch das zweite Setup. Und das zweite Setup ist dann eben das, was wir letzte Woche drüber gesprochen haben. Wir versuchen, das Top zu shorten. Das heißt, bei den 15.930 würde auch sehr, sehr gut eben zu dem Wig passen, den wir hier drüben noch haben. Warte, ich zeige es euch mal. Also diesen Bereich hier, dass wir so zwischen 15.930 und 16.000 Punkte irgendwo hier oben dann den Short setzen. Und dann hoffen, dass der Markt dreht. Wie gesagt, 1,277 Meter. Apple extremen plus. Tesla hat mittlerweile 160 Prozent in der Spitze gemacht. Also die ganzen Tech-Werte natürlich. Wir haben ja die Wochen davor immer wieder darüber geredet. Die Tech-Werte oder der Nasdaq hat eine Menge aufzuholen. Mittlerweile hat er das komplett ausgeholt. Wenn wir uns das mal angucken, aktueller Stand bis zum All-Time-High sind auch nur noch 6,37 Prozent. Und das ist nicht mehr viel, meiner Meinung nach, derzeit. Und wir müssen jetzt einfach ganz, ganz vorsichtig agieren. Es könnte eine Riesen-Chance sein, hier dann irgendwo den Short im Endeffekt zu eröffnen. Wir machen das GP mal weg mit dem Doppeltop. Mit einer potenziellen Bearish-Divergence, die sich dann auch nochmal auf einen 4-Stunden-Chart aufbauen würde. Also da kommt jetzt schon eine Menge dazu. Beziehungsweise wäre es sogar ein Triple, wenn wir uns das mal ganz kurz angucken hier. Wäre schon eine gute Möglichkeit, dass wir sagen, okay, wir holen uns nochmal dieses Top-Up Richtung maximal 16.000 Punkte. Und drehen dann zumindest mal nach unten hier in Richtung 14.670. Schauen wir mal, was kommt. Das wären jetzt momentan erstmal so meine Pläne für die nächste Woche. Wir schauen auch noch ganz kurz auf die News. Was steht an dieser Woche? Es ist eigentlich eine relativ ruhige Woche. Klar, wir haben Verbraucherpreise, also VPI-Daten in Europa. Das juckt mich ehrlich gesagt momentan weniger. Dienstag sehr, sehr ruhig. Mittwoch eigentlich auch keine wirklichen News. Donnerstag dann wie immer. Erstanträge Arbeitslosenhilfe, Folgeanträge Arbeitslosenhilfe. Challenger, Arbeitsplatzabbau können wir mal im Blick behalten. Ansonsten sehr, sehr wenig. Und Freitag kommt dann Arbeitslosenquote, Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Das heißt die NFP-Daten, Stellenwachstum, durchschnittliche Wochen, Arbeitsstunden, durchschnittliche Löhne. Also Freitag könnte, wenn die Zahlen beschissen ausfallen sollten, wir reden hier von beschissen ausfallen sollten, Betonung liegt auf sollte, nochmal ich betone es sollte, könnte das der Status sein für eben diese Korrektur. Wir hatten aber letzte Woche verdammt bullische Zahlen. Bruttoinlandsprodukt wurde eigentlich gedacht, es schrumpft. Es ist einfach gestiegen und zwar deutlich, also man muss hier momentan, ich kann jetzt hier noch keine Limit Orders nennen, weil wir das von Tag zu Tag einfach gucken müssen, wie sich die Märkte entwickeln und ob wir vielleicht doch überall in Richtung All-Time-High hochgehen. Aber für mich persönlich Donnerstag, Freitag die wichtigsten Daten, beziehungsweise eher sogar Freitag für mögliche Trades, was in den traditionellen Märkten abgeht. So, dann gehen wir rüber zum DAX, auch nochmal wichtig, weil der, ja ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll, neues High sehen wir eigentlich auch. Wir gehen mal ganz kurz auf den Daily-Time-Frame. Neues All-Time-High, leckt mich am Arsch. Unglaublich, also Short wurde ausgestoppt, auch hier, wir hatten ja hier letzte Woche den Short, hat das Rising-Redge-Ziel, hat er schon erreicht, also muss man schon sagen, auf 16.000, 15.900 war unser erster Take-Profit. Hat er leider nicht abgeholt, leider und komplett neues All-Time-High auch mit Schluss, also auch hier braucht man derzeit nicht Shorten. Macht keinen Sinn. Klar, wir können, wir haben hier nicht mal eine Bearish-Divergence, also nicht mal das macht Sinn. Wir haben sogar einen höheren Errors, ein höheres Hoch. Wir haben das All-Time-High sogar noch mit einem 4-Stunden-Close durchbrochen. Also da momentan reinzuschorten, macht keinen Sinn, Leute. Wir warten hier jetzt erst einmal noch ein bisschen ab, ganz gemütlich, was sich hier tut. Aber Long würde ich ja auch nicht, würde kein All-Time-High-Long. Wir haben es gesehen, die letzten Male kam danach immer der Abverkauf, könnte auch dieses Mal kommen. Nur derzeit sehe ich hier einfach noch gar kein Potenzial, auch auf einen 1-Stunden-Time-Frame. Höhere RSI, höheres Hoch, macht keinen Sinn. Also wir haben hier nicht mal irgendwie eine Bearish-Divergence oder Sonstiges, um das Ding hier nach unten hinzuschorten. Also macht keinen Sinn, warten wir einfach auch hier erst einmal ab. Schauen wir uns den Goldkurs an. Gold, da sage ich jetzt nichts dazu. Also Trendwende, können wir schon sagen, wurde abgeholt. Weiß nicht, hoffentlich hat es jemand verdoppelt. Hoffe ich für euch. Ansonsten weiß ich jetzt auch noch, was ich dazu sagen soll. Also es war im Endeffekt, wenn wir ganz, ganz genau sind, 0,80 Cent war dieser Trendwende-Bereich. Aber gut, ist egal. Hoffentlich hat jemand von euch verdoppelt, würde ich sagen. Ansonsten besteht immer noch die Chance, dass wir diesen Trendwende-Bereich nochmal abholen. Wir können das Ganze mal mit dem GP dazu anschauen. Wir haben hier noch ein bisschen Luft, ich sage jetzt mal bis 1966, 1967, wo wir nochmal Erholungspotenzial sehen könnten. Sollten wir dann hier dieses tiefere Hoch reinkriegen, dann sehe ich auf jeden Fall nochmal die Chance, dass wir hier nochmal runtergehen, doppelten Boden bilden und dann erst eben diese Erholung sehen. Das ist jetzt erstmal der Plan. Ansonsten hat sich bei Gold sehr, sehr wenig getan, bis auf eben dieser Abverkauf, dem wir dann auch durch den starken US-Dollar am Donnerstag, ging es dann ordentlich nach unten. Man muss aber auch dazu sagen, dieser Widerstand hier oben, über den wir auch schon gesprochen haben, diese 1.980, da tut sich einfach zu wenig. Also da war zu wenig Power. Deswegen ist für mich momentan eher wahrscheinlich, dass wir hier echt diesen Bereich nochmal abholen und dann erst in Richtung 2000 US-Dollar hoch oder vorstoßen. Das ist jetzt erstmal so ein bisschen der Plan. Das heißt, die Möglichkeit bestünde noch. Wir hätten dann für alle Retail-Pattern-Trader, wäre das auch so eine Möglichkeit. Man könnte sagen, okay, wir haben ja dann so Head & Shoulders oder so. Head & Shoulders, keine Ahnung, wie ich das einzeichnen wollte, als Möglichkeit. Und dann muss es natürlich nach unten gehen. Dann würde sich dieser Trendwende-Bereich eben perfekt einspielen. Ansonsten, wir haben zwei Longs laufen. Die eine, wie gesagt, ist einfach dann hier unten die Verdopplung. Short, momentan will ich hier einfach Gold nicht shorten. Und das dritte Mal, wenn wir dann hier hochkommen sollten, sowieso nicht. Also dann nochmal ein Short reinmachen. Nein, die Verdopplung ist weiterhin hier unten. Hoffen wir, dass die immer nochmal abgeholt wird. Ansonsten gibt es auch hier wenig zu sagen. Gut, und dann gehen wir zum Schluss rüber zu Bitcoin. Gehen wir mal ganz kurz in die Analyse rein. Also es hat sich ja wenig getan die letzten Tage, trotz Fett-Zinsentscheid. Wir hatten weiterhin diesen Peak hier oben auf die 29.690. Die 4-Stunden-Supply-Zone wurde nicht abgeholt. Wir haben das Golden Pocket abgeholt, ja. War aber für mich kein Grund, irgendwie hier jetzt reinzuschorten. Ich würde gerne weiterhin eben diese Marke hier oben abholen, um dann einen Short reinzumachen bis auf, ich sage jetzt einfach mal, mindestens 27.400. Das ist weiterhin so mein übergeordnetes Ziel. Also die 27.400, 27.600 hier unten, wo das Golden Pocket ist, sehe ich weiterhin als sehr, sehr wahrscheinlich an, um dann möglicherweise einen Bullrun zu starten. Aber mehr gibt es, wie gesagt, momentan nicht zu sagen. Long ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu riskant, hier irgendwie ein Setup reinzumachen. Ich tendiere eher auf den Short dann hier oben in dieser Range. Haben wir ja gestern schon drüber gesprochen. Relativ engen Stop-Loss könnte man hier, glaube ich, dann schon machen. Von 1% würde meiner Meinung nach gehen, beziehungsweise ein bisschen höher. 0,5 bis, was haben wir gesagt, 30,1 rum. Also knapp 1%, wo wir hier Stop-Loss setzen könnten. Meiner Meinung nach ein gutes Risk-Management für den potenziellen Drawdown nach unten. Gut, ansonsten war es das erste Mal. Ich würde sagen, ja, gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben, wie ihr nächste Woche das Ganze seht. Seht ihr weiter steigende Märkte, so wie ich erst einmal, zumindest bis Freitag. Oder seht ihr irgendwann doch mal einen Crash kommen? Gerne in die Kommentare reinschreiben. Natürlich auch gerne eure Meinung zu Bitcoin reinschreiben. Würde ich mich drüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns dann morgen früh wieder zu einem normalen Bitcoin-Update, sollte sich was tun. Und ansonsten war es das von mir. Schönen Start ins Wochenende. Kommt gut durch. Und ja, wie immer, stay crypto. Und ja, wie immer, stay crypto. Und ja, wie immer, stay crypto. Und ja, wie immer, stay crypto.